Hallo und herzlich willkommen zur ersten Runde Minecraft Boom Camp. Zur Runde Minecraft Spreng das Lama und als erstes haben wir hier die Juju, die sich nämlich der Bootcamp Challenge stellt quasi. Lauf weiter. Die Juju ist nämlich die erste Kandidatin hier und ich wurde auch gefragt, was ich hier für einen Shader verwende und so weiter und da klebt gerade ein unsichtbares Lama, was uns zuguckt und ich werde das alles nochmal verlinken unter der Folge, aber ich habe einen Cinematic Shader, aber ich habe jetzt gerade vergessen, wie er heißt. Ich gucke mal gerade selber nach, kann ich kurz gucken. Hier, Shader, das ist der Cybox Shader V4 Cinematic, der aber ziemlich anspruchsvoll ist, also den solltet ihr nicht nehmen, wenn ihr ein schwächeres System habt. Und die Juju fängt jetzt erstmal an, erstmal alles aus dem Inventar rauspacken und ich lese jetzt mal die Sache vor. Willkommen im Spreng das Lama Bootcamp. Hier im Camp findest du zahlreiche Aufgaben, die dich auf Spreng das Lama vorbereiten. Dazu benötigst du einen Bogen, den du hier am Anfang bekommst. An den jeweiligen Aufgaben erhältst du eine gewisse Anzahl an Pfeilen. Schaffst du die Aufgabe nicht mit der Anzahl, dann bekommst du für jedes am Leben gebliebene Lama einen Punkt abgezogen. Insgesamt sind 25 Punkte zu erreichen. Viel Glück. Und damit steht die Juju jetzt hier. Du hast immer noch deine Eisenschuhe an, Juju. Ja, okay. Ah, aber meine Eisenschuhe. Ja, ja, ja. Hier vorne bekommst du deinen Bogen, Juju. Und dann geht's für dich los. Also, Juju, the stage is yours. Mach dich auf und zeig, was du kannst. Also, den Bogen. So, gut. Direkt jetzt bei den Bogen. Also, easy. Und, hüpp, hüpp. Sehr gut. Und. Okay. Du hast es ja voll drauf. Wow. Los. Ja, ich bin bei der Bundeswehr, merkst du das nicht? Ach so. Ich war auch bei der Bundeswehr, da habe ich ja nie diese Lieder gesungen. Buyuju. Buyuju. Buyu. Buyu. Buyu, Buyu, Buyu. Wow, du bist voll gut. Oh, ein Schweinchen, darf ich das töten? Ich glaube schon. Oh, nee, das zählt nicht. Oh, jetzt habe ich ihn. Ja. Oh, guck mal, das ist ein kleiner. Und der spuckt zurück. Wie, der spuckt zurück? Ich habe ihn hier nicht angespuckt. Hä, wie viel hält der denn aus? Der schießt daneben. Ey, der hat irgendwie zurückgeschossen, gefühlt. Er hat gefühlt, jetzt, ja, jetzt warst du dann die ersten. Ja, jetzt habe ich wieder den Bug mit dem Bogen. Das ist ja die ganze Zeit, ja. Oh. Und die Babys. Jürgen, schießt auf kleine Babys. Das ist meine Leibspeise. Eine Leibspeise. Oh. Die machen lustige Geräusche, hast du gehört? Okay, habe ich alle? Habe ich alle, ich muss gucken. Ja. Herzen alle. Okay, ich habe alle. Und weiter geht's. Wo muss ich lang? Nein. Vorne rechts. Rechts, 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 rechts. Durch, durch. Okay. Okay, Jojo. Okay. Spring. Spring, was du kannst. Spring. Und ich springe. Ja, sehr gut. Und ich springe. Sehr gut. Und ich springe. Sehr gut. Ich springe. Ja, gut, machen sie das. Und noch. Nein. Blablablablabla. Und ich schwimme. Und ich schwimme. Du musst ganz zurück. Wären uns immer noch, ich glaube, ist das Luke oder Hennu? Oder sind das beide? Die sind beide gar nicht da. Die sind in der Uni. Beziehungsweise Hochschule. Ach so, dann ist es die Jenny und die Dani. Wenn du Tab drücken würdest, würdest du es da sehen. Ah, krank. Es ist Jenny und Dani, die als unsichtbare Lamas in der Wand sind. Ah. Go, go, you, you. Ich brauche Essen. Sonst kann ich nicht mehr sprinten gehen. Ich kann nicht mehr sprinten, ich brauche Essen. Das müssen wir nochmal, daran arbeiten wir noch, an dem Fehler. Hier. Danke, dann. Du bist ein Nahrungsverschleiß. Oh. Essen vielleicht verrissen. Ja. Du schaffst es. Gebt dir Mühe. Los, gib alles. Ich hab mir Mühe gegeben. Das wird einfach nichts. Da im Run liegen wir nicht. Ja. Aber wie gut, dass es nicht auf die Zeit, sondern auf die Punkte ankommt, ne? Das heißt, wir könnten hier zwei Folgen drin sitzen. Ne, es kommt auch auf die Zeit an. Ja, aber im Offiziellen nicht. Nur in deiner Welt. Natürlich kommt es auf die Zeit an. Wenn Punkt gleich statt ist, kommt es auf die Zeit an. Ja, dazu muss man einfach als Punkt. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Herzstillstand. Herzstillstand, das ist aber nicht so gut. Ja, sehr gut. Und drauf. So, okay. Lamas, wo seid ihr da seid? Oh, Speedies. Sieht so gut aus. Was sind denn die Nächsten? Das sind jetzt gespeedete Lamas. Das hätte ich ausgelacht und angesprochen. Ich hätte eins noch, oder? Nein, zwei. Welche Pfeile habe ich nicht mehr. Da hinten in der Ecke steht nämlich noch eins. Ganz hier hinten. Oh Gott. Wow, nicht schlecht. Ja. Und ratter, 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 ratter. Lauf schneller. Lauf, 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 Jojo. So. Bin ich. Okay. Nicht die Village abschießen. Gib Minuspunkte. Kommt das noch an, wo ich sie hinschieße? Weiß ich nicht. Sehr gut. Wie viele noch? Ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf. Nein, 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 jetzt habe ich zwei versch... Nein, nein, jetzt habe ich zwei verschossen. Oh. Hä, wie viele sind... Ich bin zwar mal über die Druckplatte, oder? Ja, ich glaube schon. Oh nein. Ich glaube, hier sollten eigentlich nur fünf sein. Ja, ich glaube, ich habe jetzt schon. Du hast zwei umgebracht. Jetzt hast du drei umgebracht. Ja, mehr kriege ich auch nicht. Ja, springt euch selber um. Ja, tut es. Vier umgebracht. Es war noch eins. Aber ich habe noch einen Fall. Okay, wir müssen dann... Okay, alles klar. Dann hast du also einen Minuspunkt. Wir müssen danach nochmal die überwiegenden Lamas aus dem Spielwelt entfernen. Ja, okay. Also einen habe ich schon mal nicht. Ah, du bist bei 24 bisher. Kann ich nicht so... Such das Hühnchen. Okay, ich soll das Hühnchen suchen sogar. Wurde mir gerade eben gesagt. Also ich darf es nicht auslassen. Es ist nämlich ein Minuspunkt. Okay. Wo bist du, Hühnchen? Hat es dir die gemeine... Die geheime Stimme... Ich höre es hier gackern. Ja, es hat... Stimmt, warum höre ich den Ton nicht an? Warte mal. Das ist ja mega unfair. Aber wo? Hier unten gackert es irgendwo. Ja, hier bei dir irgendwo gackert es. Gacker, Hühnchen. Hier unten ist es, glaube ich, höher. Hinter dir, hinter dir. Hier rein. Hinter dir. Da rein. Durch das Gewösch. Hinter dir jetzt. Gewösch. Jetzt rein. Da. Aha. Boah. Sehr gut. Okay. Easy. Eigentlich nicht so easy. Eigentlich nur der Geer easy. Aber egal. Ich bin schlecht. Ich brauche Hilfe. Wo muss ich jetzt hin? Ich muss da hin. Der beste Ausritte. Ich bin schlecht. Ich brauche Hilfe. Ich darf das. Wo bist du hin? Ich versuche jetzt hier den Weg rauszupfen. Wo ist denn der Weg? Ja, genau. Das war richtig. Andersrum. Hinter dir. Genau. Dann ist der Weg zurück. Oder? Nee. Nee, nee, nee. Das ist schon richtig. Oh Gott. Jetzt kommen wieder die. Okay. Jetzt kommen wir. Oh, yeah, yeah. Oh, wie viel. Okay, wo, 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 wo sagt. Hä, wo sind sie denn? Warte. Tch. Tch. Darf ich das Leder behalten? Ja, das du behalten. Okay. Also bisher hast du zwei Minuspunkte. Warum zwei? Na, weil du zwei Lamas ausgelassen hast. Ey, ich habe doch nur eins ausgelassen, hast du gesagt. Echt? Ja, das eine war ich vier nur getroffen. Ach so, okay. Dann hast du einen Minuspunkt. Also denke ich. Außer du hast irgendwas gezählt, was ich nicht gezählt habe. Nee, dann hast du nur einen. Nee, ich weiß nicht. Also irgendwie sowas. Ja, wir müssen die technischen Probleme, die wir haben, weil Juju doppelt draufgetreten ist. Müssen wir das manuell auszielen. Oh, ja, daneben gespuckt. Spuckt zurück, Juju. Spuck. Spuck. Wie ist das Lektz? Hast du gerade ein Schwert in der Hand gehabt? Nein, ich habe einen Pfeil in der Hand gehabt. Ja, nee, ist klar. Ja, ohne Witz jetzt, guck doch mein Inventar an. Es sah eben so aus wie ein Schwert. Du kannst doch mein Inventar angucken. Nee, in Ordnung, ich glaube dir das. Du hast ja auch keins mit dem Schwert umgebracht. Ich glaube, einer ist noch da. Ich habe gerade einen Pfeil in... Einer noch. Ach, da unten. Nee, das sind wieder mehrere. Okay. Also wir müssen... Also... Das stimmt dir irgendwas gerade nicht, glaube ich. Ja, eins zählt einfach noch. Ich glaube, du hast das Sportgerät beschädigt. Ähm, beschädigt. Aber die schießen jetzt beide auf mich. Die spucken. Okay. Okay, also soll ich das jetzt noch töten oder nicht? Das passt dann schon. Ich glaube, du hast gerade fünf, das heißt... Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube, es waren acht, die hier drin waren. Ja, aber ich hatte es so wenig. Egal. Geh einfach durch, Juju. Du hast einfach nur einen Minuspunkt. Wir zählen es als ersten... Schau mal mehr. Wir zählen es als ersten Fehlversuch einfach. Wo bist du hin? Beim Lama. So. Hast du es auch noch erwischt? Ja. Gibt es jetzt hier noch welche? Ich glaube, ich habe keins mehr gesehen. Okay, gut. Dann habe ich jetzt alle acht Lamas. Weil dann ist es auch fair. Ach, genau. So. Endspurt. Warte mal, ich muss erst mal den Endspurt finden. Ähm, du bist falsch gelaufen. Du warst eben schon da. Wie? Du warst eben an der richtigen Ecke schon. Echt? Bitter. Lauf, Juju. Schneller. Schallgeschwindigkeit. Wusch. Wusch, wusch. Renn. Renn, Juju. Komm, Juju. Und Juju. Okay. Das war doch für das Erste. Für das Erste war das doch schon mal gar nicht so schlecht. Also das Jump'n'Run mag ich immer noch nicht. Okay. Ja, aber das hatte ich doch jetzt schon gut drauf vorbereitet, oder? Meinst du nicht? Ja. Du meinst nochmal, wir machen jetzt nochmal hier die Zeit schön. So. Kannst du dich jetzt hier vorne hinsetzen? Auf die Bank hier. Ich konnte mich da gestern noch hinsetzen eigentlich. Ah, doch, genau. So. Das ist ein wunderbares Abschlussbild. Oh. Letztlich geht es vielleicht wieder hin. Boah. Okay. Jetzt kannst du dich in die Mitte setzen. Hey. So. Das war ich nicht. Das war das, was ich selber verletzt. Okay. Damit verabschieden wir uns dann für die heutige Folge. Und morgen geht es dann mit dem nächsten Kandidaten weiter. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.